Was ist Karma-Beziehung? Was ist eine karmische Beziehung? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Kurzvortrag aus der Reihe Fragen zum Karma. Mein Name ist Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de Was ist Karma-Beziehung? Was ist eine karmische Beziehung? Wann ist eine Beziehung karmisch? Ja, zunächst einmal, Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Karma sagt, das, was auch immer jetzt kommt, ist Gelegenheit zum Wachstum. Und was auch immer jetzt passiert, ist etwas, woraus du die richtige Lernlektion beziehen kannst. Und was du auch sagen kannst, ist, Aufgabe ist es auch, nicht mehr aus Ärger, Angst, Eifersucht, Gier, Depression usw. zu handeln, sondern aus Liebe, aus Mitgefühl, um Gutes zu bewirken und auch als Instrument. Eine Karma-Beziehung, könnte man sagen, ist eine Beziehung, die über mehrere Leben geht und wo ihr immer wieder gemeinsam verschiedene Aufgaben habt. Und es gibt manchmal einen Menschen, den triffst du und du spürst sofort, da ist irgendetwas mit dem Menschen. Und du verstehst dich mit dem Menschen oder du reagierst emotional auf den Menschen. Das kann eine positive sein oder auch eine sehr negative Emotion. Es geht alles sehr schnell. Könnte man sagen, jetzt hast du eine karmische Beziehung, also eine Beziehung schon aus früheren Leben. Und wenn das emotional heftig ist, dann wäre es gut zu schauen, wie du mitfühlend umgehen kannst. Denn letztlich, ihr werdet euch so lange miteinander inkarnieren, bis es eine Beziehung ist, die nicht mehr mit solchen heftigen Emotionen zusammenhängt, insbesondere mit negativen Emotionen. Manchmal sind karmische Beziehungen natürlich auch schöne Beziehungen. Es mag einen Menschen geben, mit dem du über viele Inkarnationen dich entwickelst. Deshalb fühlst du dich gleich vertraut, ihr kennt euch und ihr unterstützt euch gegenseitig. So kann eine Karma-Beziehung heißen, ihr seid gut schon in einem früheren Leben und deshalb geht es in diesem Leben sehr harmonisch zu und die Beziehung hält sehr lange. Karma-Beziehung kann aber auch heißen, dass es Herausforderungen sind und dass es aus eurem Karma ist, eure Beziehung dieses Mal besser aufzulösen als in einem früheren Leben. Euch nicht gegenseitig zu belügen, betrügen, zu irgendwo zu beschädigen und zu schaden, sondern geht mitfühlender Miteinander um, löst euer Karma sanfter auf.